So, wir spielen Alterac Pass. Zum ersten Mal für meinen Kanal spiele ich Alterac Pass, die neue Map. So, wir werden auf dieser Map, denke ich, Blaze spielen. Auf Blaze habe ich nämlich mal wieder Bock. Oder wir spielen eine Runde Garrosh, das geht auch. Oder eben auch Urel. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Bist nervig hier. Welche URL jetzt spiele, aber ich lebe ab auf URL gleich spielen. Kleiner will spielen! Poked Damage ist hier schon sehr sehr stark, um auch einfach die Gegner daran zu hindern, was zu tappen oder eben wenn man sich so ein bisschen zurückzieht. Ja gut. Natalys weiß nicht ob Blaze hier noch so viel Sinn macht, um sich zugeben. Ich bin bereit. Ich hatte schon Bock nochmal Movanin zu spielen, aber ich denke wir brauchen ein bisschen... Oh, Anubarak wäre natürlich auch mega gut. Ich hab Bock auf Blaze, ich möchte jetzt Blaze spielen. ... 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 Wir sind auf der Horden-Seite. So, Junkword gibt uns die Möglichkeit, ein bisschen reinzupoken. Das werden wir brauchen bei den Objectus. Wir werden extra Umdrehungen spielen. Poke ist relativ stark hier auf der Map. So, Komi und so, einfach hier in der Ecke zu stehen. Allerdings kann man die auch leicht umspielen. Die Rücke ist ziemlich cool. Mit Vergnügung. Ich fühle mich wie der Bombi. Gerade? jetzt geht es los klingt aufregend unterbrechen klingt aufregend klingt aufregend klingt aufregend ja irgendwo muss das ja mal passieren krasser Treffer werden wir glaube ich spielen die geister verraten mir dass unsere räuber von der allianz gefangen gehalten werden wir müssen sie befreien klingt aufregend ganz ein und verteidigt unser eigenes klingt aufregend fuck ey dass er mich da halt einfach weg rotzt aber wir kriegen zumindest den counter kill ja Probe ist es natürlich auch mega gut hier mit den so undigen tools die er hier hat was gehen wir als nächstes mit den radios und den schaden der stahlfalle wenn wir gehen mal nein so gut gut getötet mal schön reinbogen da ja 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 die die pokmaschinen sind gerade es sind die beiden die hier das spiel versuchen zu kontrollieren Ja, 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 ja. Guck genau in die Falle! Nice! Schön gemacht vom Garage. Alter Schwede, war das gut gespielt. Ah, ich bin tot. Scheiße, kommt aber auch keiner. Die ganze Zeit hat er schon die Wall eingerissen. Wo ist eigentlich unser Heiler? Ah, der ist tot. Keine Ahnung wo Rega die ganze Zeit war. Jetzt haben wir natürlich die Arschgase spielen wir als nächstes. Kamikaze werden wir spielen. Also, Whip Tire. Da komme ich leider nicht mehr schnell genug hin. Das heißt, das erste Ding ist schon mal verloren. Schade, haben wir lange gepokt und gemacht. Aber, ja, Stitches ist ja auch ziemlich gut einfach. Die müssen deffen. Es fehlt halt immer einer von uns, ne? Irgendwo ist immer irgendjemand anders und macht irgendwie nicht das, was er machen will. Wir hätten einfach das Camp machen sollen mit der Walla. Ist aber schon richtig. Ja. 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 Ohhhh, der hat Gotge genommen. Nice. schön gemacht. Nein, Garush ist... Oh, er rettet ihn noch! Holy Shit, war das Ruck. Viele Hordler waren nötig, um unsere Kavalerie aufzuhalten. Da hat er ja schon mal was klar gebracht. Oh, was zum Hochjag? Für die Wahl! Das wird morgen früh wehtun! Fast wie ein Richter! Aber nur fast! Ich hab ihn gerade gekillt, so eine Scheiße! Oh nein, jetzt hab ich mich selber getötet! Oh man, nachher sind sie alle weg und dann bin ich tot. Oh man ey, es tut mir so leid, aber das muss man halt mit Junkred in Kauf nehmen. Dieses Chaos, das man da anrichtet, aber die ist jetzt auch tot. Ei, 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 ei. Wir schoßen Junkred weiter weg. Wir müssen ihn verlangsamen, vor allem verfolgen Gegner. Bleiben wir in Schäden, wenn wir spielen. Die Quest haben wir schon fertig und danach müssen wir gucken. Natürlich der Fächer. Das war ganz schön unlucky. Das wird so nix. Das dauert doch immer extremst lange, bis er das Ding geworfen hat. Das ist schon so ein bisschen... Unlucky. Unser Gefängnis ist wieder sicher. Sorgen wir dafür, dass es so bleibt. Die sind einfach besser als wir. Wir haben null Impact mit Athanis und Garrosh. Weil Garrosh echt gut spielt, aber der Athanis lässt sich halt immer abnudeln. Es gibt halt so krass viele Choke Points. Unser Gefängnis ist an die Allianz gefallen. Macht euch bereit, ihrer Kavallerie zu begegnen. Ich werde den U-Tig einsetzen. Ja, das haben wir verloren, das Spiel. Das wird so unglaublich schwierig. Wir sind auch nicht auf den Lanes präsent. Das muss man... Irgendwann muss man wirklich sagen, dass man da vom Alterac-Pass überhaupt nicht benötigt. Dass man im Early-Game ein bisschen so ein, zwei Minuten irgendwo auf der Lane rumhampelt, das schon, ja. Das war ein Lanes. Mein Arschloch, Gott schreit er! Ich mach' den Gleislauf! Drei Zollt, zwei Arme, drei Weiß, alles noch mal! Ah, der holt uns hier gar nicht auf'n Kieb drauf. Wie gut einfach auch der... der Stitches ist, ey. Was?! Lacker, ey. Lacker, ey. Rups, hör auf! Wir haben's auf die Zitadelle! Versteht euch nie in meiner Burg, wenn ihr euch traut! Du wirst wissen! Hey! Wir haben unsere Festung Platz gemacht! Heute wirst du ein Haus der die Welt ein Talent! Granatenfächer, definitiv. Wir machen einfach zu wenig, äh, aus den Möglichkeiten von der Map, die man da halt tatsächlich auch aktivieren kann. Camp mäßig alles. Müssen wir hier den Boss verteidigen. Müssen wir hier den Boss verteidigen. Die Ihr versuchten, den General der Frostwolf-Armee aus seiner Burg zu locken? Wie lächerlich! Jetzt ist man da schnell hin, wir sind jetzt da bis 16, aber... Nein, also der Dienstbums ist hier wirklich gut, der Junkert. Oh fuck. Mann, 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 das gibt's nicht, dass wir da einfach nichts draus machen können, das ist ja Wahnsinn. Es ist halt wieder vorbei. Die Allianz hat die Kontrolle über unser Gefängnis erlangt. Ihre Kavallerie wird sich bald auf uns stürzen. Ich hab echt versucht, was ging, aber... Es gibt so krasser, äh, Ängste hier in dem... auf der Map. Sturmlatzen abschauen! In meiner Burg tötet sie alle! Ah! Mein Launch ist plötzlich! Schau die Händen unserer Zikadenne ein! Ah! Ich will dich der Bop biezen! Ah! Schade. Der Junkert ist echt gut hier auf der Map, ähm, aber mit Keltas, mit Stitches, der ja einfach in den engen Stellen immer irgendwas trifft. Und auch mit Probius. Guter Pick hier der Probius, den hab ich nicht kommen sehen. Ähm... Ich hab natürlich auch an einigen Stellen einfach zwei, dreimal mein Team getötet. Alter, mit der... Mit dem, äh, mit der Bombe hat einfach, äh... Ja, zu viel Chaos angerichtet, dass mein Team damit nicht zurecht gekommen ist. Schade eigentlich, das hat aber auch eine Menge Spaß gemacht. Na gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. War ein bisschen unglücklich, das Spiel. Aber bevor ich euch abwürge... Schauen wir mal kurz in die Statistik rein. Der Damage war ja nicht schlecht von Junkert. Nur die Hooks haben mich halt jedes Mal getötet. Ich glaub, ein einziges Mal bin ich davon gekommen. Ich wär echt zufriedener. Wir hatten die... Ja, die Vala kann halt auch nix machen so großartig, ne? Hm, unlucky. Ja, Rega war ja nicht schlecht. Gutes Zoning von Probius, der hätte durchaus mehr machen können daraus. Ab Probius könnte hier echt ein guter Held sein auf Alterac Pass, weil es sehr eng alles ist, sehr verschachtelt. Ähm... Zumindest ein Fight um die Objectives. Und... Ja, Stitches wird hier sicherlich, äh... einen Spaß haben auf der Map. Naja gut, leider verloren, aber wär nicht so schlecht. Dann würd ich sagen, sehen wir uns, ähm, zum nächsten Mal wieder. Danke fürs Zusehen. Tschö!